Was ist die IHK Kassel-Marburg engagiert sich im Regionalmanagement Mittelhessen, um die Region voranzubringen, um den Begriff Mittelhessen voranzubringen. Die Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement funktioniert außerordentlich gut, unbürokratisch und ist es kampagnenfähig. Das haben wir gesehen. Bei der Aktion Pro A49. Wir sind als IHK Kassel-Marburg voll zufrieden mit dem Regionalmanagement Mittelhessen. Wir sind als IHK Kassel-Marburg voll zufrieden mit dem Regionalmanagement Mittelhessen. Wir sind als IHK Kassel-Marburg voll zufrieden mit dem Regionalmanagement Mittelhessen. Wir sind als IHK Kassel-Marburg voll zufrieden mit dem Regionalmanagement Mittelhessen. Untertitelung des ZDF, 2020